Yo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Ich bin hier an dem Lagerfeuer, da oben, wo sich die Jäger finden. Ich muss das beim letzten mal sein, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin ein bisschen rumgereist beim letzten mal und hab hier noch ein paar Ding besiegt. Ein paar Panzerwanderer und so. Wir haben ein paar Modifikationen gesammelt. Und Screenshots gemacht. Und alles. Um das alles aufzubrehen. Oh, wow. Oh. Oh, wow. Oh. Ah! 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 And? wieder ein krasser kampf hier gegen alles mögliche und hier gibt es viel zu wenig heilung an diesem ufer ist kein bock gegen das hält sich was ist denn den ich bin in die ganz andere richtung gelaufen ich glaube sowas ist normal das zeigt mir da hinten auch eine question aber ich rede mit petra ausgewählt hat weil es optional ist okay ja dann das ist mir wohin man kann nie zu gut vorbereitet sein hallo ist es gibt schon komische kommentare ab dann wieder die selben ich habe ein blümchen gefunden wie toll zwei streitende jäger genau das was ich suche weil ich mich bei den ganzen geplappern nicht konzentrieren konnte du hast doch andauernd was gefragt wo hast du schmieden gelernt da kommt jemand das ist mir egal wer versagt hat nur soll ich die herde nicht für euch aufspüren das kann ich nicht zulassen ich war dafür verantwortlich nicht du oder er es sind drei behemots und ein paar panzerwanderer es wird nicht einfach allein na gut wo war die herde zuletzt auf diesem grad wir folgen dir warte nimm diese pfeile für die jagd danke dann los das glaube ich richtig random ok lass uns gehen hier hast du pfeile weil du nicht schon genug hast spuren wir hörte siehst du sie weiß wo sie ihn muss du hättest das auch nicht gewusst da sind spuren hier lang ah da sind die spuren haha welche richtung ich glaube die ist die richtige naja die spur führt irgendwie im kreis habe ich gehört da sind die spuren wohl im kreis gefolgt da sind die spuren wohl im kreis gefolgt ja ich bin auch im richtigen blick warum sollte ich oh du löcherst also nur mich ich glücks bin jagen wir jetzt oder nicht hast du ihr feuerpfeile gegeben oder normale ich dachte du magst du feuer und spucke jorgris hör auf zu fragen ich spucke gleich feuer er stellt fragen weil er dich mag er hat die herde verloren um länger bei dir zu sein und jorgris ist statt kelo 4 weil du zeit mit ihm achtung oh wehmo panzerwanderer ok ok ich habe gerne Bei den Schmieden, Bewegung! Jetzt dauern's nicht, keiner! Also mit dem Rassler schaffe ich das echt ganz, wenn ich so ein Pfahl anschaue. Nein, nein! Nicht nachlassen! Das ist euer Kuss! Konzentration, das ist euer Kuss! Nein! Was ist das? Was ist das? Fluss springen Alter, holy shit Okay, das war jetzt krass Das war jetzt doch krass Okay, dann tue ich jetzt gleich mal den Eisrassler oder... 2 Ich glaube ich tue jetzt mal was anderes aus Ich nehme jetzt wieder die Schleuder Weil die nehme ich jetzt statt der Fallen Dings Oder? Oh ne, ich habe ja noch die... Ne, das ist die Sprengschleuder Das sind nur die normale Schleuder Ja Ist aber egal Und die nehme ich Ich schieße damit jetzt mit dem Eisrassler Ich schieße damit jetzt mit dem Eisrassler Ich schieße mit dem Eisrassler Das letzte Mal das An die Ausbildung denken Nein Ich nehme das Ziel umgehen Mitten ins Ziel. 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 Mitten ins Ziel.